Frankfurt Marathon. Letzter Sonntag im Oktober. Seit 1981. Laufen beim Marathon ist mehr. Mehr als eine Trainingsstrecke am Main entlang. Mehr als ich mir vorstellen kann. 42.195 Meter. Mental und körperlich muss so ein langer Lauf eingeübt werden. Am besten gemeinsam. Dabei lernen wir, wie vielfältig wir sind im Blick auf Herkunft, Trainingsstand oder Laufstil. Das Ende der Vorbereitung ist der Anfang des großen Laufs. Zuletzt 2019. 14.196 Läuferinnen und Läufer. 27.047 TeilnehmerInnen insgesamt. Und dann 2020. 2021. Corona. Absagen. Frust. Trauer. Und Hoffnung. Was mir Hoffnung macht, dass wir so schnell wie noch nie zuvor jemand gedacht hat, einen Impfstoff haben. Dass die Leute zunehmend sich solidarischer verhalten, aufeinander achtgeben. Und das hoffe ich mir halt auch für unseren Sport. Ich bin ganz sicher, dass der Laufsport hat in dieser Zeit auch so viel neue Begeisterung geschaffen wie noch nie. Es ist wichtig, dass sich die Leute bewegen und nicht einfach nur zu Hause im Sofa versinken. Und für unsere Veranstaltung, für den Mainover Frankfurt Marathon bin ich sehr zuversichtlich, weil ich glaube, dass wenn die Veranstaltungsszenerie wie Laufveranstaltungen wieder möglich sind, auch in der Dimension, wie wir sie darstellen, dass wir dann ganz viele Läufer wieder bei uns vereinen werden. Am Frankfurt Marathon nehmen Menschen aus über 120 Nationen teil. Die Idee der interreligiösen Staffel ist, für Vielfalt und Toleranz zu werben. Laufsport hat auch immer was mit der Birne zu tun. Da geht es nicht nur um Körperlichkeit, sondern da geht es auch darum, Klarheit im Kopf zu kriegen. Bei meinen vielen, vielen langen Trainingskilometern, da denke ich über sehr viel nach. Da kommen ja viele Ideen und da werden auch das eine oder andere Problem, wird da auch gewälzt und bewältigt. Zumindest in dem Augenblick bewältigt. Ich muss sagen, Laufen gibt mir ganz viel Kraft und ist ein guter Ausgleich zum Alltag. Das gibt mir natürlich immer viel Spaß, vor allen Dingen, wenn man halt viel im Büro sitzt oder ich als Student sitze auch sehr viel am Schreibtisch, dann ist das schon sehr angenehm, einfach da mal rauszukommen, den Kopf freizukriegen, ein bisschen frische Luft zu schnappen und auch einfach mal was anderes zu sehen. Seit vielen Jahren bietet der Arbeitskreis Kirche und Sport einen ökumenischen Gottesdienst am Vorabend des Frankfurt Marathon an. Das ist Gelegenheit für viele, sich noch mal zu sammeln. Für manche ist es Kraft tanken und ich bin sicher, einige drücken auch ihre Dankbarkeit darüber aus, dass sie beim Frankfurt Marathon dabei sein können. Es ist nicht nur eine Dankbarkeit dabei sein zu können, sondern auch die Dankbarkeit, dass man eben die Gesundheit dafür geschenkt bekommt und eine Dankbarkeit auch, was wir immer auch benennen, für die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die sich bereit erklären, den Marathon auch überhaupt erst möglich machen zu können. Laufen ist für mich Lebenselixier. Das ist unglaublich wichtig, mich zu bewegen nach den vielen Sitzen, was sonst einfach so tagsüber normales Programm ist und deswegen liebe ich es, auch abends noch mal laufen zu gehen. Wenn möglich natürlich auch meistens dann eher Wochenende, auch mal ein bisschen länger. Neben der Bewegung, die einfach gut tut, hat Laufen für mich auch wirklich eine geistliche Seite. Das fängt damit an, dass ich beim Laufen schlichtweg dankbar bin, dass ich laufen kann, dass ich mich bewegen kann und das mache ich mir immer wieder bewusst. Und das ist so ein großartiges Gefühl. Und das ist eigentlich schon der erste Kontakt zu Gott. Gottesdienst vor dem Marathon ist was Großartiges. Ich habe das selbst immer genossen, als ich selbst auch bei Marathonläufen unterwegs war. In diesem Jahr schade, dass es in Frankfurt wegen der Pandemie nicht möglich ist, aber ich bin ganz zuversichtlich. Im nächsten Jahr werden wir es geschafft haben und dann wird es auch wieder einen Gottesdienst zum Marathon geben. 2021 Die Organisatoren laden ein zum virtuellen Marathon. 31. Oktober Reformationstag 10 Uhr Jede und jeder kann mitmachen und entscheiden, wo und wie lange. Vielleicht auch auf dem Luther-Pilgerweg, der von Eisenach nach Worms durch Frankfurt führt. Auf dem Martin Luther vor genau 500 Jahren unterwegs war, zum Reichstag. 2022 Die Hoffnung lebt. Es geht wieder an den Start in Frankfurt. Die Vorbereitungen haben begonnen für das große Lauffest in Frankfurt. Für die interreligiösen Staffel, für den ökumenischen Gottesdienst. Im besten Sinne Mitläufer oder Mitläuferinnen zu sein für eine gute Botschaft, für Frieden und Verständnis. 21. Möge die Straße dir entgegeneilen, möge der Wind immer in deinem Rücken sein. Möge die Sonne warm auf dein Gesicht scheinen und der Regen wie ein Strom der Hoffnung sein. Und bis du das Ziel erreichst, halte Gott dich fest in seiner Hand. Untertitelung des ZDF, 2020